Aufstand beim GZfunk. Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio haben jetzt in einem Manifest eine radikale Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert. Was werfen Sie Ihrem Arbeitgeber vor und ist der Rundfunk überhaupt noch reformierbar? Darüber wollen wir heute sprechen. Bleiben Sie dran im Brennpunkt des Tages. Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So lautet der Titel eines Programms, was jetzt veröffentlicht worden ist, mit rund 100 Erstunterzeichnern, darunter kritische Prominente, aber auch aktive Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Cutter, Schauspieler, Bühnengestalter, Bildgestalter und so weiter und so fort. Sie alle wollen eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das Manifest nachzulesen auf meinungsvielfalt.jetzt. Darüber wollen wir heute sprechen und mit mir im Studio mein neuer Kollege Falco. Heute das erste Mal in der Sendung. Herzlich willkommen. Falco, man muss ja wissen, dass die Leute, die das Manifest unterzeichnet haben, immer noch an die Reformierbarkeit des Rundfunks glauben. Das ist vielleicht ein kontroverser Punkt, über den wir nachher noch sprechen können. Also die Einleitung lautet, wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie alle weiteren Unterzeichnenden schätzen einen starken und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland als wesentliche Säule unserer Demokratie, der gesellschaftlichen Kommunikation und Kultur. Aber sie wollen diesen Rundfunk eben reformieren, weil sie total unzufrieden damit sind. Wie war denn dein erster Eindruck von diesem Manifest? Ja, also ich glaube, das war bitter nötig. Also du hast es richtig gesagt. Also sie glauben sozusagen bislang an die Reformierbarkeit dieses Modells. Okay, kann man erst mal so hinnehmen. Und es wird hier eben schon genau das angesprochen, worum es geht. Wesentliche Säule unserer Demokratie, gesellschaftlichen Kommunikation und Kultur, das sind ja eigentlich die Punkte. Also man spricht ja auch von der vierten Säule der Demokratie. Also wir haben die exekutive Regierung, Parlament und die Justiz. Das sind so die drei klassischen Säulen. Und man sagt eben, dass die Medien oder der Journalismus, das wäre eben die vierte Säule, die aber eben auch eine ganz konkrete Aufgabe hat, nämlich die Regierung oder auch die Politik im Allgemeinen zu kontrollieren. Und wenn ein Rundfunk das erfüllt, dann macht er seine Sache gut. Aber das ist eben aktuell offenbar nicht der Fall. Das ist offenbar nicht der Fall. Es werden nämlich harte Vorwürfe erhoben. Wir können mal reinschauen. Zum Beispiel steht da geschrieben, seit geraumer Zeit verzeichnen wir eine Eingrenzung des Debattenraums anstelle einer Erweiterung der Perspektive. Wir vermissen den Fokus auf unsere Kernaufgabe, Bürgern multiperspektivische Informationen anzubieten. Stattdessen verschwimmen Meinungsmache und Berichterstattung zusehends auf eine Art und Weise, die den Prinzipien eines seriösen Journalismus widerspricht. Also das ist schon harter Tobak, weil er im Prinzip dem Arbeitgeber hier unjournalistische Methoden vorgeworfen werden. Meinungsmache, sprich Manipulation der öffentlichen Meinung. Und bemerkenswert finde ich, die Leute, die dort unterzeichnet haben, das sind ja keine Leute, die jetzt aktiv in der ersten Reihe stehen. Aber es gibt 33 Unterschriften, die anonym hinterlegt worden sind, aus Angst vor beruflichen Konsequenzen, was ja eigentlich für sich spricht. Ja, das ist so und daran sieht man auch, wo genau das Problem liegt. Also ich will noch mal sagen, auch hier wird es eigentlich wirklich auf den Punkt gebracht. Also das eine ist eben diese Kontrollfunktion, aber es geht eben auch darum, ja es geht um Ausgewogenheit, es geht darum, alle, vielleicht nicht jeder Einzelne, aber ich sag mal, alle großen Meinungen, die im Volk, in der Bevölkerung vorhanden sind, abzubilden, ihnen Raum zu geben und nicht sozusagen sich auf wenige zu konzentrieren. Und ja, also was du sagtest, dass es eben, also wir werden ja noch drauf kommen sicherlich. Es gibt, ich glaube, mehr als 100 Unterzeichner und diejenigen, die, also davon sind nicht alle Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen, es sind auch einige durchaus namhafte Persönlichkeiten ja aus dem öffentlichen Leben. Und diejenigen, die eben, ja, also die sozusagen hier ihren Arbeitgeber kritisieren, die machen das quasi anonym. Also die haben das zwar, also es ist offiziell gemacht, ja, es ist offiziell, aber das ist bei einem Anwalt hinterlegt, ja, ihre Unterschrift sozusagen unter dieses Manifest. Und das zeigt natürlich, dass da eben sowas wie, wie Angst im Spiel ist vor Jobverlust oder Stimmung mache oder dergleichen. Und das zeigt eigentlich nochmal sehr genau, wo das Problem eigentlich liegt. Absolut. Hier wird das nochmal bekräftigt in dieser Passage. Inflationär bedient man sich zu diesem Zwecke verschiedener Kampfbegriffe wie Querdenker, Schwurbler, Klimaleugner, Putin-Versteher, Gesinnungspazifist und anderen, mit denen versucht wird, Minderheiten mit abweichender Meinung zu diffamieren und mundtot zu machen. Diese Kampfbegriffe kennen wir ja bei KOMPAKT nur allzu gut. Also ich glaube, wir alle wurden schon mal mit denen belegt. Genauso wie die Leute, die uns verfolgen und die vielleicht regelmäßig auf Kundgebungen mitlaufen. Das ist natürlich der aktuelle Zustand der Gesellschaft und der wird durch diese Medien befeuert. Ja, genau so. Und die Kampfbegriffe sind das eine. Dann gibt es auch diesen schönen Begriff des Framings. Also Frame, Englisch der Rahmen. Also man versucht eben auch die Berichterstattung irgendwie so einzurahmen, um eben dann auf die Punkte zu kommen, die man eigentlich will. Also das ist das, was wir eben allzu oft gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen erleben. Aber bleiben wir ruhig noch hier bei diesen, bei diesen, also bei der Sprache. Denn mit Sprache kann man ja ganz viel machen. Absolut. Ich sag mal hier, also als Beispiel, ja, also wenn so gesagt wurde, die rechtspopulistische AfD. Das ist eine Wertung. Das ist eine Wertung. Die kann man persönlich haben. Man kann sie aber auch nicht haben. Es ist in jedem Falle nicht Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Mediums, so etwas sozusagen wieder und wieder und wieder, sodass es auch der Letzte irgendwie verinnerlicht. Das ist ja die Idee dahinter immer wieder anzubringen. Vielleicht auch noch ein anderes Beispiel aus diesem Zusammenhang ist schon eine Weile her. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, gibt auch eine andere Partei oder es gibt eigentlich mehrere, die Grünen. Aber das ist richtig lange her. Die hat das mal getroffen. Und für die es noch nicht ganz so lange ist, ist die Linke. Da hieß es immer SED-Nachfolgepartei. Ist ja richtig. War ja so. Aber auch das war natürlich letztlich eine Art Kampfbegriff, um dort zu diffamieren. Das haben die nur heute vergessen. Ja. Und heute geht es der AfD so. Das sind so die Methoden. Oder um vielleicht noch ein Beispiel aus einem anderen Bereich zu nehmen, der russische Angriffskrieg. Man hört es wieder und wieder und wieder. Und ich glaube, das hat jetzt irgendwie auch der Letzte verstanden, dass Russland in dem Sinne formal der Angreifer ist. Aber was denn eben in der Berichterstattung auch wieder völlig fehlt, ist eben eine Analyse. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was sind die Hintergründe und so? Das ist denn alles nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, dass die Leute sich merken, der russische Angriffskrieg. Das sind so die Methoden. Genau. Das sind die üblichen Schlagworte. Wir können auch mal drauf schauen, wer denn die Unterzeichner, also wer zu den ersten Unterzeichnern gehört. Du hast es schon angesprochen. Einige sind relativ bekannt. Wobei jetzt für mich, muss ich sagen, keine große Überraschung dabei war. Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin, die sich ja schon zu Corona-Zeiten kritisch geäußert hat. Auch jetzt im Ukraine-Konflikt kritisch geäußert hat. Und die natürlich am eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, geframed zu werden, sage ich mal. Und ausgeladen zu werden aus den Talkshows, wo sie früher drin saß, wie bei Markus Lanz. Dann haben wir Lisa Fitz, Kabarettistin, die ja auch sehr scharf zu mir ist, schon seit einigen Jahren. Oder auch Henry Hübchen, Schauspieler, der ja bereits den Friedensaufruf von Wagenknecht und Alice Schwarzer unterstützt hat. Für mich keine großen Überraschungen. Vielleicht am ehesten noch eine Frau, die jahrelang Aushängeschild der Heute-Show war. Die Heute-Show ist ja das Satire-Flaggschiff der Öffentlich-Rechtlichen, wo dann quasi unter dem Deckmantel der Satire ein Bashing von Andersdenkenden und so weiter und so fort betrieben wird. Christine Prion heißt sie, die erst kürzlich ausgestiegen ist aus diesem Format. Wir können mal reinschauen, wie sie das begründet hat. Dass sie aus eigenem Wunsch ausgestiegen sind aus der Heute-Show. Ja, leider. Ich habe das sehr gern gemacht all die Jahre. Aber für mich ging etwas ab, ziemlich genau ab Corona nicht mehr. Also vertrug sich nicht mehr mit meinem Verständnis dieses Berufs. Also wie macht man Kabarett? Wie macht man Satire? Das hat für mich immer was damit zu tun, dass man, dass der Spott sich gegen die Herrschenden oder die Mächtigen, die Elite, also nach oben hin richtet. Und man nicht, wie man so sagt, nach unten tritt. Das klingt vielleicht auch ein bisschen abgedroschen oder altmodisch, aber ich halte da immer noch ganz viel von. Und während der Corona-Zeit gab es doch auch viele böse Witze über Leute, die einfach nur anders gedacht haben oder eine andere Meinung hatten. Nämlich unter anderem Leute, die sich nicht impfen lassen wollten oder die ungeimpft waren. Das tat mir weh. Das finde ich also bemerkenswert, was sie sagt. Also gerade die Satire, die eigentlich als Instrument der Herrschaftskritik gedacht ist, aber mittlerweile zum Kampfinstrument gegen die Opposition geworden ist. Also man lacht dann drüber, dass zum Beispiel Björn Nöcker als Bernd Höcke immer bezeichnet wird. Das ist der heutige Humor bei solchen Satireshows eigentlich lächerlich. Und das war ja eigentlich mal eine gute Show. Die hat eben in dem Sinne auch durchaus abgebaut. Ich glaube, das kann man so sagen. Und ja, man kann eigentlich nur den Hut ziehen hier. Da gehört schon Mut dazu, diesen Schritt zu gehen. Denn ja, was natürlich auch ein bisschen auffällt an dieser Liste, es sind eben, es sind natürlich auch viele Leute da drauf, die ja, wie soll ich sagen, schon irgendwie im Ruhestand sind oder zumindest nicht mehr im aktiven Einsatz. Das ist bei ihr aber anders. Und zu sagen, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Das geht so nicht. Und wie hat sie gesagt, das tut mir weh. Ja, also das ist schon eine starke Formulierung. Und ja, also dazu gehört viel Mut. Und ja, hier haben wir ja noch einen anderen. Der hat im Prinzip das Gleiche schon ein bisschen früher gemacht. Ja, also Oles Grambrax. Ich lese mal einfach vor. Der Oles Grambrax, diejenigen, die von ihm vielleicht erst jetzt hören oder durch diese Liste von ihm erfahren, er hat eigentlich diesen Schritt schon 2021 gemacht. Jetzt meine ich beim SWR war er, ja, gewesen und hatte damals eben unter dem Titel Ich kann nicht mehr einen offenen Brief verfasst, wo er eigentlich im Prinzip mehr oder weniger in die genau gleiche Richtung geht, wie hier die Frau, Frau Pryong, ja, von der Heute-Show, der vormals von der Heute-Show. Und er beschreibt eben oder beschrieb eben darin auch sehr detailliert, wie so die Stimmung in der Redaktion war und oder was heißt nicht nur die Stimmung, sondern eben auch der Umgang mit Leuten oder mit anderen Ansichten. Also man kam nicht durch damit. Und da gibt es ja viele, viele Beispiele. Also angefangen damit, dass man die Experten, zum Teil ja wirklich namhafte Leute wie Dr. Wodarg oder eben auch Herr Bakhti, dass man die einfach nicht mehr eingeladen hat. Die waren ja völlig akzeptiert vorher. Und nachher waren sie dann, ja, also wurden sie eben diffamiert, rechtsextrem und so das Übliche, die Nazikeule, die man denn gerne schwingt. Das haben wir da alles erlebt. Das ist das eine. Aber eben auch so diese kleinen Tricks, die denn da angewandt worden sind durch diese Redaktion letztlich bei den Öffentlich-Rechtlichen, zum Beispiel diese Zahlenspiele. Also die sogenannten, ich sag mal bewusst jetzt sogenannten infizierten Zahlen. Also schon der Begriff Infizierte, da sind wir auch wieder bei Sprache. Man sagt ja auch nicht bei der Grippe. Ich bin übrigens Grippe infiziert oder ja, hast du dich infiziert oder so. Das ist ja keine normale Sprache. Also auch das ist ein Kampfbegriff. Man hat es ja auch nur zurückgeführt auf diese positive Testung. Also der richtige Begriff, also journalistisch sachgemäße Begriff wäre eigentlich positiv getestet gewesen. Das ist das eine. Aber sie haben auch mit den Zahlen gespielt. Sie haben noch nicht am Anfang, am Anfang haben sie die infizierten Zahlen gebracht, aber auch die genesenen Zahlen. Das hat ja noch irgendwie Sinn gemacht, dass man sagt, okay, einige Leute sind jetzt praktisch, haben jetzt Corona, aber es gibt auch welche, die sind wieder genesen. Und die Differenz, da kann man dann ungefähr erfassen, wie schwerwiegend ist die Sache eigentlich. Man hat, ich glaube sehr früh, müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine sogar schon April oder Mai 2020, hat man bei den Öffentlich-Rechtlichen die genesenen Zahlen einfach weggelassen. Also es wurde dann in jeder Tagesschau regelmäßig immer wieder über die infizierten Zahlen gesprochen, nur noch Kranke. Also es ist, das ist ja alles so, so kleine Manipulationen. Es wurde der Eindruck vermittelt, also es wird immer mehr und mehr und mehr und sozusagen eine riesige, ja, also hunderttausende Millionen oder was sind jetzt alle Corona krank oder so. Es war ja nicht, war ja nicht so gewesen. Und das sind so diese kleinen, kleinen Manipulationen und das hat eben der Ullis Gambrax damals, also 2021, dann eben auch schon beschrieben. Gab denn meines Wissens, also er wurde dann, ja, gekündigt, hat dagegen geklagt, gab dann später irgendwie einen Vergleich. So, aber er ist, er hat letztlich darüber seine, seine Arbeit verloren und er hatte aber auch, also er war damals, ich glaube der Einzige, der, also in seinem Bereich, der mit seinem Namen eben da aufgetreten ist. Aber es gab viele Unterstützer, die aber anonym geblieben sind, wenn man so will, eben wie heute die Leute, die eben zwar unterschrieben haben, aber nicht mit ihrem Namen auf der Liste, also öffentlich auftauchen wollen. Was eben wirklich zeigt, aus meiner Sicht jedenfalls, dass es eben nach wie vor ein großes Problem ist. Ja, unbedingt. Und vor allem, vielleicht kann man darauf nochmal zu sprechen kommen, es gibt ja derzeit so zwei gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite rennen denen die Leute weg. Also hier ein Beispiel aus Bremen, da gibt es einen öffentlich-rechtlichen Radiosender, der heißt Bremen Next, der junge Leute gewinnen will, indem er in der Fußgängerzone kostenlos Döner verschenkt. Hier kann man das sehen auf Next Nacken, Döner for free, da gehen die also rum, verschenken Döner und wollen so junge Leute für ihr Angebot rekrutieren. Aber es bringt natürlich nicht viel, also immer weniger Leute schauen sich das Angebot an und immer mehr Leute weigern sich auch den Beitrag zu zahlen. Also bei der letzten Erhebung 2022, da gab es über drei Millionen Haushalte im Mahnverfahren oder einen Vollzug, was natürlich auch Bände spricht. Und das ist die eine Entwicklung, auf der anderen Seite wollen die natürlich immer mehr Geld haben. Also 2025 soll der Beitrag ja erhöht werden, wieder um 58 Cent, wenn es nach dieser Kommission geht, die den Finanzbedarf feststellt. Das war übrigens dem ARD-Chef Kniffke schon zu wenig, der hat sich beschwert, aber man muss sich ja mal verdeutlichen, was das bedeutet. Das bedeutet in der Beitragsperiode von 2025 bis 2028 sind das über 41 Milliarden Euro, die das den Beitragszahler kostet, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Verfügung steht. Und dann beschweren die sich noch, dass sie zu wenig bekommen. Also unfassbar. Und anstatt darüber nachzudenken, warum immer weniger Leute öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen oder hören, anstatt sich da mal umzuorientieren und sich vielleicht zu hinterfragen, wird dann noch mehr Geld gefordert. Also das ist erstaunlich. Und es gibt ja einen Mann, der das ändern könnte. Wenn ich dazu noch was sagen darf. Das lässt natürlich erinnern jetzt an die Bratwurst bei der Impfung. Die Impfbratwurst. Es geht um die Wurst. Es lässt sich ja, also gefühlt sowieso, also es ist ja absurd zu behaupten, dass die Leute irgendwie, also dass sich da nichts verändert und so. Und die Leute alle irgendwie dem öffentlichen Rundfunk oder so hinterher rennen. Also jeder, der irgendwie wachen Auges durch das Land geht, der weiß das. Es gibt aber auch tatsächlich Zahlen, die das belegen. Da gibt es ja eine Forsa-Umfrage, die wird also regelmäßig erhoben. Ich glaube, jedes Quartal seit 2015 machen die das. Und das Aktuelle ist, also aktuell heißt jetzt von Januar, von Januar 2024 sind es so, ich glaube 58 Prozent, die sagen, also die der Aussage öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja macht eine gute Arbeit. Ich kriege jetzt die Formulierung nicht zusammen, aber das ist die Aussage, die eben sagen, stimmen zu oder stimmen sehr zu. Sind immerhin noch 58 Prozent und so um die 40 Prozent sagen, aber stimmen eher nicht zu oder stimmen überhaupt nicht zu. Jetzt kann man sagen, es ist immer noch eine ganze Menge, aber entscheidend ist ja hier der Vergleich. Seit 2015 machen die das. Und da war es sozusagen, also jetzt haben wir ein Verhältnis von 60 zu 40 und damals war es ein Verhältnis zwei Drittel, ein Drittel. Ja, also da gibt es schon eine Entwicklung und man spürt es auch, wie gesagt, also jeder, der irgendwie mit offenen Augen durchs Land geht, der kriegt das mit. Die Dinge sind ja so auffällig, ja wir haben über die Sprache, über die Begriffe gesprochen, aber es geht ja teilweise so weit, dass auch Fakten, also entscheidende Fakten einfach weggelassen werden, was man denn schon eigentlich nicht mehr als journalistisch bezeichnen kann. Absolut. Ich wollte schon überleiten zu dem Mann, der das Beitragssystem ins Wanken bringen könnte, nämlich Björn Höcke in Thüringen. Wir schauen mal rein, was der gesagt hat. Was passiert denn, wenn der Höcke dann Ministerpräsident wird? Kündigt er denn die Medienstaatsverträge? Ja, also er fragt ja auch auf Facebook, wie wäre es, den Rundfunkbeitrag auf Null zu senken. Bei dem Manifest merkt man so ein bisschen, dass das eher aus der linken Ecke kommt, weil das Manifest einen sehr basisdemokratischen Ansatz verfolgt. Also ich habe da mal ein bisschen drin rumgelesen. Es geht also darum, dass die Bevölkerung das weiterhin finanzieren soll, aber auch kontrollieren soll. Das heißt, es sollen Beitragszahler dann auch in die Kontrollgremien der Rundfunkanstalt kommen. Wie, ist noch nicht so ganz klar. Entweder Losverfahren, direkte Wahl oder so. Wirkt auf mich alles ein bisschen kompliziert und auch ein bisschen realitätsfremd. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wir brauchen überhaupt keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was ich auch kritisch sehe, weil man sieht natürlich, sobald die Medienlandschaft privatisiert ist, muss sie sich nach dem Massengeschmack richten. Und der Massengeschmack ist nicht immer der beste, was man ja daran sieht, dass solche Formate wie der Bachelor grundsätzlich eine höhere Einschaltquote haben als die beste Geschichtsdoku oder schönste Naturdoku, die in der ARD läuft. Von daher glaube ich schon, dass es da ein gewisses Korrektiv braucht. Und da hat die AfD einen sehr interessanten Ansatz vorgelegt. Da geht es um den Aufbau eines Grundfunks. Der Name besagt, dass also nur noch die Grundversorgung gedeckt werden soll, sprich Sport, Kultur, Nachrichten, natürlich auch viel Lokaljournalismus, der ja bei der ARD eher zu kurz kommt. Und dieser Grundfunk soll dann nicht mehr vom Beitragszahler finanziert werden, sondern die AfD will dann, wenn ich das richtig verstanden habe, eher an die großen Internetkonzerne rangehen, also Amazon, Facebook, Netflix. und will da eine Umlage einführen, eine sogenannte Kultur- und Informationsumlage, um diese Unternehmen dann zu verpflichten, da etwas zu zahlen, was dann einem öffentlich-rechtlichen Grundfunk zugutekommen soll, was ich einen sehr spannenden Ansatz finde. Ja, also zunächst mal muss man natürlich sagen, wo er recht hat, hat er recht. Also ich denke, klar ist, so kann es nicht bleiben. Ich glaube auch, dass die Grundidee eines öffentlich-rechtlichen Grundfunks eigentlich sinnvoll ist. Die Frage ist aber eben, wie ist er gestaltet? Also ich finde diesen Ansatz der Unterzeichner des Manifestes eigentlich sehr interessant, dass man es, ich sage mal, demokratisiert, dass man eben, also dass sozusagen diese, ja wie heißt das, diese Aufsichtsräte, dass die eben gewählt werden, ich glaube, so weit gehen die sogar, oder irgendwie, also wirklich aus der Mitte des Volkes heraus, da kommt, das ist ja jetzt nicht der Fall. Also die Befürworter des aktuellen Systems, die sagen ja immer, ja, ist doch alles nicht so schlimm, es ist doch kein Staatsfunk und so weiter. Ja, das mag formal zutreffen, aber eben auch nur formal, denn die Leute, die da drin sitzen, die, wie soll ich sagen, die sind mehr oder weniger in den gleichen Clubs, in den gleichen Kreisen unterwegs, wenn man so will, ja, also auch bei den gleichen Parteien zu verorten und das ist natürlich ein Problem. Wenn das von unten käme, fände ich das eine sinnvolle Sache. Die, der Ansatz der AfD, würde ich jetzt mal sagen, finde ich auch sehr sinnvoll. Das, das sind einfach Dinge, über die, wird man reden müssen, ja, und dann muss man schauen, was, ja, welchen Weg man geht, aber es sind erst mal, ich würde sagen, aus meiner Sicht sind es erst mal alles vernünftige Ansätze, die, ja, die, ja, die hoffen lassen, denn, ja, so wie es jetzt ist, kann es einfach nicht bleiben. Ja, das war ein gutes Schlusswort. Am Ende noch ein Verweis auf unseren Höcke-Taler, der immer noch erhältlich ist im Kompakt-Shop. Eine stabile Wertanlage für die Zukunft und möglicherweise auch die kommende Währung des AfD-regierten Thüringens, wer weiß, auf jeden Fall sehr beliebt bei unseren Bestellern. Unbedingt zuschlagen, solange der Vorrat noch reicht. Gerne wieder mitkommentieren bei uns auf YouTube, gerne dieses Video teilen, wenn es Ihnen gefallen hat und wir sehen uns dann morgen wieder mit dem nächsten Brennpunkt des Tages. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDF,